Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneid euch an, bringt euch einen Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Xaya. Sie hatte in Patch 14, Boom 13 zwei kleinere Buffs auf ihrem E-Bekommen, die sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht haben. Je nach Elo-Bereich konnte sie zwischen 0,5 und 2% Winrate gut machen und auch ihre Pickrate hat sich durch die Änderungen teils mehr als verdoppelt. Mit unter 1% Bunrate fürchtet sie momentan aber keiner so wirklich. Zeit für unseren Abfalleimer der Woche. Und das ist Xion. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung wieso, aber in der letzten Woche ging seine Winrate wirklich in jedem Elo-Bereich um locker 1-2% runter, ohne dass er irgendwie angepasst wurde. Das Ganze lässt sich sehr einfach in den Winrate-Graphen erkennen und meine einzigen Vermutungen sind, dass es entweder irgendeinen neuen Bug gibt oder mal wieder irgendein hipper Inting, Sion Guide oder ähnliches rausgekommen ist. Fliegen wir zum Nope der Woche und das ist Kaisa. Seit vielen Patches wurde sie nicht mehr angepasst und dennoch steigt ihre Bunrate seit mehr als einem Monat kontinuierlich an. Während sie Anfang Juni nicht einmal 3% Bunrate hatte, ist sie mittlerweile bei teils fast 15% in den höheren Rängen angekommen. Ehrlicherweise auch völlig zu Recht, denn statistisch betrachtet ist sie in Emerald Plus der zweitbeste ADC im Spiel und mit über 33% Pickrate ist sie der beliebteste Champion im gesamten Spiel. Halten wir bei unserem Broken Pick der Woche und das ist Galio. Er ist momentan mit über 54% Winrate in Emerald Plus der stärkste Midlaner im Spiel. In wirklich jedem Elo-Bereich hat er mindestens 52% Winrate und mit unter 2% Bunrate könnt ihr ihn euch praktisch jedes einzelne Game garantiert schnappen. Kommen wir zur Rune der Woche. Ja, diesmal gibt es kein Item der Woche. Stattdessen befassen wir uns mal mit Cutdown, denn diese Rune ist astro-broken und fliegt immer noch deutlich zu tief unter dem Radar. In Patch 14.10 wurde die Rune angepasst und sie gibt nun mittlerweile Bonus-Damage gegen Gegner mit mehr als 50% Leben, anstatt, ich sag mal, so diese Tank-Schredder-Rune zu sein. In Patch 14.11 wurde die Rune dann nochmal gebufft, obwohl Freak wirklich in seinem eigenen Patch-Rondon gesagt hatte, dass die Rune eigentlich mittlerweile schon relativ stark ist. Äh, ja, Riot wollte die Rune aber trotzdem pushen, weil sie halt klassischerweise niemand nutzt. Mittlerweile wissen immer mehr Leute, dass diese Rune absurd gut ist. Vor allem im High-Elo-Bereich ist Cutdown mittlerweile die Wahl der meisten Spieler, insbesondere der ADCs geworden. Cutdown ist die 5-steckste Rune im gesamten Spiel und die Pick-Rate der Rune hat sich in nur einem Patch um mehr als 23% erhöht. Auch auf Reddit gab es sehr viel Diskussion darüber, dass diese Rune einfach straight-up broken ist. Wenn ihr noch Kudegra anstatt Cutdown mitnehmt, die ungelogen 5-schwächteste Rune im Spiel, dann solltet ihr das dringend ändern. Wir kommen zum Fail der Woche und dort zum Curse of Dog. Falls ihr das Ganze nicht mitbekommen hattet, letzte Woche gab es ungelogen den schlimmsten Game-Breaking-Exploit der LOL-Geschichte. Das Ganze ist so unfassbar simpel gewesen, dass auch ich das Ganze noch nicht so ganz fassen konnte. Man musste lediglich in den All-Chat diese Nachricht in Form eines bescheuerten Hundes schicken. Und schon wurden alle Spieler des Matches, welche die Nachricht gesehen hatten, aus dem Spiel geworfen und die konnten dann anschließend auch nicht mehr dem Spiel rejoinen. Was für ein Spaghetti-Code hat Riot bitte, dass man nur indem man eine verdammte Chat-Nachricht schreibt, dafür sorgen konnte, dass man etliche Leute komplett aus dem Spiel kickt und die dann auch nicht mehr wieder ins Spiel hineinkommen konnten. Das Ganze konnte man sogar machen, indem man Leuten aus der Friend-List die Nachricht geschickt hatte. Die Community nannte das Ganze dann daraufhin den Curse of Dog. Das gute Riot hatte das Problem noch am selben Tag gefixt. Trotzdem gab es natürlich ohne Ende Leute, die das Ganze knallhart abused hatten. Zeit für unseren Trick der Woche und dort zu einem der wichtigsten Tristana-Tricks. Tristanas E braucht bekanntlich vier Autos, damit die Bombe vorzeitig explodiert, was viele Leute zumindest aus meinem Freundeskreis nicht wussten. Der W und die Ult zählen ebenfalls als eine der vier Ticks, um die Bombe explodieren zu lassen. Mit einem E, W und drei Halo of Blades Autos könnt ihr die Bombe daher in Rekordzeit explodieren lassen. Das gleiche geht auch mit E, drei Autos und der Ult. Wenn ihr jemanden mit der Ult wegjeetet, der drei Stacks auf der Bombe hatte, dann explodiert die Bombe erst dort, wo der Gegner ankommt. Ideal, um den Damage der Bombe noch auf andere Ziele zu bringen. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Patch-Notes zu Patch 14.14 sind da und Riot dreht mal wieder komplett am Rad. Das Wichtigste sind die Corki- und Tristana-Nerfs. Dazu werden auch endlich Absorb-Life und Warmox genervt. Alle offiziellen Änderungen gibt es wie immer nächsten Dienstag um 20 Uhr auf diesem Kanal. Dazu wird es auf unserem Insta- und TikTok-Kanal zeitgleich ebenfalls einen maximal 90 Sekunden langen Mini-Patch-Rundown geben. Die Kanäle findet ihr in der Videobeschreibung. Zweitens, Riot arbeitet daran, mithilfe von KI Soft-Inter zu bestrafen. Riot PewPewLaser fragte auf Twitter die Community, wie schnell Riot im Fan von Soft-Inding von Account-Level-Strafen zu Hardware-Level-Strafen übergehen sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass Hardware-Strafen nur wirklich etwas für Wiederholungstäter sind. Haut eure Meinung dazu aber gerne mal in die Kommentare. Zu guter Letzt wurde Poolparty-Rides Smash Bros-Style, ich nenne es mal Beat'em Up, gecancelt. 70 bis 80 Mitarbeiter hatten an diesem Projekt gearbeitet, das nun Geschichte ist. Verwechselt Poolparty allerdings nicht mit 2xKO, dem anderen 2v2-Fighting-Spiel von Riot Games, das laut dem Momentanstand für 2025 eingeplant ist. Das war es tatsächlich schon vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten, neuen, neuesten Trends geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.